Hi, ich bin Alex von Puma und in meiner Hand halte ich was ganz Besonderes, und zwar das Jahresmesser 2021 mit Mammutbackenzahn. Diese Griffschalen bestehen aus Mammutbackenzahn, stabilisiert in Epoxidharz, Neusilberbacken und einer pulvermetallogischen Damastklinge in Jagdnickerform. Dieses Messer ist streng limitiert auf 25 Stück, in meiner Hand halte ich die Nummer 15. Dieses Messer kostet 2190 Euro und richtet sich speziell an Sammler. Das Messer kostet 3190 Euro und richtet sich die Nummer 15.